Wenn es bei dir gerade nicht so rund läuft und die Erfolge sich nicht so einstellen, wie du dir das wünschst und du ungeduldig bist und manchmal sogar frustriert und wütend auf dich selber, weil du dich mit anderen vergleichst, die es scheinbar viel, viel leichter haben wie du, dann möchte ich dir von Herzen sagen, das was da passiert ist kein Zufall. Die Ergebnisse, die du jetzt hast, sind bewusst so gewählt vom Universum, weil das was passiert in dir, diese Wut, dieser Frust, diese Ungeduld, die rüttelt dich wach, die führt dazu, dass du dir Dinge bewusst machst, die eben nicht dir selber entsprechen, die führt dazu, dass du aufhörst Dinge zu tun, die bisher nicht funktioniert haben für dich. Das heißt, das Universum, der Gott da oben, das fällt, das lenkt dich gerade wieder auf deine Spur und was, wenn du das feierst, dass das passiert, was, wenn du eben nicht den Widerstand hast und festhältst an dem, aber ich will es unbedingt so oder so haben und wieso geht es nicht schneller, sondern wenn du voll vertraust, dass was da passiert, passiert für was Gutes für mich. Ich bin im Sommer durch so eine intensive Phase gegangen und ich habe mich so sehr hinterfragt und so falsch gefühlt und so, ich war einfach überhaupt nicht zufrieden mit mir. Ich war total traurig, wütend, habe mich verglichen und dachte, das kann doch nicht sein, was ich bisher gemacht habe, hat doch auch funktioniert und jetzt plötzlich funktioniert es nicht mehr. Bis dann wirklich dieser Aufwachmoment kam, Ende August, wo ich gecheckt habe, scheiße, das, was ich da mache, das ist gar nicht mein Weg. Und dann hat es noch ein bisschen gebraucht, bis ich mir wirklich zugetraut habe und mir erlaubt habe, davon abzuweichen, um dann zu erkennen, wow, geiler Scheiß, ich fühle mich auf einmal so erleichtert, ich fühle mich auf einmal so viel mehr ich selber, so viel weniger Druck, so viel mehr Flow. Die Art und Weise, Business zu machen, die ändert sich gerade. Weg von den ego-getriebenen Zielen, die Millionen, die dicken Autos, der Luxus, der Status hinzu wirklich dienen und Beitrag sein für andere Menschen, für das Wohl der Menschheit, der Erde, der Gesellschaft. Das heißt, alles, wo wir noch ego-getrieben sind, ich will das aber so und ich will jetzt endlich dieses Geld und ich will jetzt endlich diese Veränderung in meinem Leben, da legt das Universum wie ein Riegel vor. Ja, weil es sagt, das ist nicht das, wonach du streben sollst. Erst wenn du dich mit dir verbindest und deinem Herzen und den Ruf in dir annimmst, sagst, wow, jetzt spüre ich es, wofür ich hier bin und was ich hier zu tun habe, dann öffnen sich die Schleusentore der Fülle, der finanziellen Fülle des Erfolgs. Und manchmal ist es nicht so leicht, sich mit dem Herzen zu verbinden und den Ruf zu hören, gerade wenn du viel beschäftigt bist, wenn da Druck ist, wenn da Stress ist, wenn da ganz viele Konzepte in deinem Kopf sind, von was ist der Weg zum Erfolg, wenn du viel trainiert hast, gelernt hast, gerade so strategische Dinge. Und genau deswegen möchte ich diesen Raum öffnen, dass du dich erinnerst und das loslässt, was gar nicht deins ist und stattdessen das annimmst und dich hingibst und was Großartiges an die Oberfläche holst, was tatsächlich du bist. Und wo du spürst, da habe ich unendlich Energie für, da bin ich angebunden, da muss ich mich nicht anstrengen, da muss ich mir nichts ausdenken, das bin einfach ich und ich liebe, was ich tue und ich liebe es zu geben und dann kommt auch alles zu dir. Also die herzliche Einladung, sei dabei, es wird so, so magisch.